Jetzt geht's um. Schaffen wir die Schnellbahn? Oder ist das? Das ist die Frage. Die Spannung steigt. Ich bin hier beim Special Assistance Schalter der Ausführung. Hier soll mein Rolli sicher aufgegeben werden, ins Flugzeug gebracht werden, wieder rausgeladen werden, und ich soll in Berlin am Flughaubenthegel happy mit ihm wieder vereint werden. Wir werden sehen, ob es so ist. Tja, ich sitze im Flugzeug. Geschafft. Bei e-Rolli wurde jetzt abgeklemmt, also die Batteriekontakte haben wir gelöst. Schauen wir mal, ob das genügt. Und schauen wir mal, wie die den jetzt behandeln beim Einladen hier in das Flugzeug. Es hat alles länger gedauert, als ich gedacht habe, ich wollte eigentlich noch gemütlich abgeben im Rolli und dann rein. Das Essen gehen und das Klo gehen und so, aber gibt es nicht. Nicht hier. Schauen wir mal. Jetzt geht los. Wir sind in den Wallcamp. Das ist jetzt schnell gegangen. Wir sind schnell geklappt, dass ich mir gedacht habe, ich habe das Ganze übersehen. und jetzt geht es ans Aussteigen. So, ich sitze noch in diesem bequemen Mini-Tragestühlchen hier und warte auf meinen E-Rolli. Der ist da! Der wird zusammengeschraubt. Der wird zusammengeschraubt. Können Sie mich gerade hinstellen? Ich würde gerne einchecken. Aber es ist keiner da. Und es ist schon fast anderthalb Stunden vor dem Flug. Alles dauert immer ewig. Und ich habe überhaupt kein größer. Ja, wie ihr seht, ich sitze in meinem neuen schicken Rolli. Haha. Gott sei Dank nicht. Nein. Das ist der PRM, Personally Reduced Mobility Service Rolli. Hier im Berlin-Tegel. Und ich bin jetzt dahergefahren vom Heavy Luggage, wo mein Rolli in einem Röntgentunnel verschwunden ist. Lustige Sidenote. Erstens. Mir wurde angeboten, mit dem E-Rolli bis zum Flugzeug zu fahren. Zweitens. Ich habe nichts abklemmen müssen. Die Lehnen nicht umklappen müssen. Gar nichts. Anyway. Wir sehen uns sogar in Wien wieder. Hoffentlich. Heiß. Heiß. Ja. Auch der ist jetzt sicher, wenn ich noch eine Rolli heilang gekommen ist, weil die Jungs einfach laden da unten sehr groß waren. Und ich jetzt zu warten, bis diese schmale Rolli kommt, damit ich da eingeladen werden kann. Leichtes Chaos auch schon. Ja. 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 Ich sitze. Jetzt schauen wir, wie der Flug wird. Gelandet! Tschau, tschau! Aber man merkt, dass Wien etwas von ferner ist, wie der Flughafen-Design. So, jetzt warte ich hier auf meinen Rolli, in den Mega Extra X-Large Handrolli von PRM Service. Da hinten kommen wir raus. Meine Tasche ist auch da. So, jetzt für den heimischen Zug das war A Billy the Cube Berlin, Fliegen mit Eroli und ein Haufen mehr. Danke fürs Reinschauen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! 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 Musik Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020